Hehehe, Flesk hat leider das böse C erwischt und kann deshalb erstmal keine weiteren Anmuts für euch machen. Und euren Unmut darüber auszudrücken und damit es sich schneller erholt, gebt dem Video doch ein Like und abonniert alle drei Kanäle um absolut nix mehr zu verpassen. Jetzt viel Spaß bei der Runde. Kuss. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Erfolg. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Doomies hier bei mir. Linker Bell, danke für die 13, Black Mine, Hahani, Saligia, danke für die ganzen Recepts-Leute, Solo Deluxe, der echte Tim. Jetzt hatte ich aber kurz Bammel, als du mir da entgegen kamst, aus dem Band. Nein. Call nicht wer, aber... Halli aber, oh mein Tod ist da, hallo. Dinge passieren im Leben. Fufu liegt in Weapons. Liegt der da gut? Er steht an der Task, oder liegt an der Task. Also bequem oder eher unbequem? Hat sich überarbeitet, der Arme. In zwei geteilt. Uh, ja, wenn man nicht ganz da ist. Lumi, du kamst ja von Lifeline vor ein paar Sekunden, war der Fufu schon tot? Nee. Das würde ich potenziell auch rausnehmen, der war nämlich mit mir in Office drin. Achso, nee, das hast du falsch verstanden. Das stimmt. Gut. Aber ich. Okay. Ja, ist okay, aber trotzdem, also Fufu war auf jeden Fall noch nicht tot. Und Lesk war auch da. Ja. Okay, dann kann ich Overwire für den Keras nehmen, weil der hat nämlich oben links wollte er wenden und hat gesehen, die Kamera ist an. Mann Franz, verrat es doch nicht, Mann. Es ist, ich bin wild, weißt du. Aber warte mal. Oder war er wenden wollte? Ja, oben links. Und Katze jemand anderen gesehen hat? Ja, aber ich habe Overwire nicht wenden sehen. Okay. Achso, ja gut. Feine Katze kam unten in O2 rein, Julie kam vom Baumraum runter und Timurus war schon dort. Eine Katze war nicht dort. Du warst nicht in O2? Ich war nicht in O2, zu 100% nicht. Ich habe in O2 gesehen, Julie und Jeff. Aber kann einer sagen, wie Eitake genau ist? Drei Sekunden. Drei Sekunden, dann müsste aber Tim den Killer gesehen haben. Genau, das macht überhaupt keinen Sinn. Wo genau liegt die Leiche nochmal? An der Weapon-Task. Hä, an der Weapon-Task? Mhm. Achso, ich dachte in O2. Nein. Ne, dann, also da kommt drei Sekunden ja nicht hin. Da muss Tim ja echt die Person gesehen haben. Aber feine Katze, wer hätte dich denn morphen können? Außer es war ein Vampir, okay. Nee, feine Katze und Jeff habe ich verwechselt. Oh Mama. Okay, okay, okay. Das ist klar. Jeff war noch. Oder Ninja, geht auch. Reißen, rausrennen. Oh ja. Aber für Ninja, hätte ich bei Ninja nicht noch Blätter gesehen. Jo. Und da waren keiner. Dann eher Vampir. Knoblauch platzieren jetzt. Oder halt diese drei Sekunden, die gecallt worden sind. Quatsch. Oder einfach played. Ja, aber vorher steht halt oben an der Kamera. Ich glaube nicht, dass der Call irgendwelche... Jetzt hätte er doch gesagt, er ist neben mir umgefallen. Ei, ei, ei. Äh. Ja, ich mach einfach meine Tasks, ja. Mir habe ich gerade nichts vor. Nichts zu tun. Hoffen, dass da ein bisschen in den Oberbayern reingesäbelt wird. Da ist gerade jemand an mir vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, wer das war. Keine Ahnung. Da ist sehr cool. Dann haben wir die Und dann kommen wir hier jetzt. Und dann erscheinen wir alles. Dann haben wir das. Und dann haben wir das. Hallo! Hallo! Ich habe gerade Herr Smeggy gefunden. Und zwar diesmal wirklich in O2. Und Tim ist auch tot. Da so beim Müll. Also ich habe gerade noch Jeff vorbeilaufen sehen. Dann bin ich zur Autor gegangen. Dann wollte ich meine Gasflaschen machen gehen. Ja. Und da lag dann... Ich war aber mit Terzte und Feinde Katze im Upload. Sind dann auch rausgelaufen und dann bin ich nach rechts. Hm, okay. Da ist aber Ewigkeiten her, Jeff. Ne, der Upload von Jeff war nicht so lange her. Smeggy wurde reported. Wir sind zu dritt rein. Also Smeggy ist ungefähr dann gestorben, als du mich bei Vitals da in der Ecke gekreuzt hast. Bestimmt, ja. Keine Ahnung. Vielleicht war das nach Specimen oder davor? Keine Ahnung. Ich habe nie auf Live lang geguckt. Deswegen kann ich das nicht sagen. Dann habe ich Oberbayern noch bei Vitals gesehen. Ja, das stimmt. Also die beiden würde ich rausnehmen für den Kill. Jeff kam dann links in Office rein. Wie hast du das gesehen? Oberbayern ist mir kurz. Juli war oben im Lab gerade. Aber ich weiß nicht, wie alt die Kids sind. Ich weiß nicht, wo Tim liegt. Wir sind uns am Ende doch gekreuzt. Ich glaube, dass Oberbayern übrigens kein guter Biber ist. Was? Hm, also vielleicht haben wir eine feine Katze, aber keinen feinen Biber. Oh doch. Aber ja. Aber hey, sind ja zehn, da kann man auch skippen. Können die vielleicht Lover gewesen sein? Wir sind zehn, wir sind acht. Ich kann es nicht ausschließen. Ach, egal. Ich sage es einfach. Oberbay, ich habe dich gesidekickt. Du hast keine Reaktion gezeigt. Ich bin mir sehr sicher, dass Oberbayern im Poste ist. Hat mich abgeholt. Ich habe abgeholt. Würde ich auch sagen. Ten on of ten. Darauf wollte ich mich selber. Ist denn jetzt die Vorgehensweise so, dass wir Vlesk voten und dann gucken, ob Oberbayern vom Sheriff erschossen werden kann? Ja. Ist das so? Bestimmt, ja. Juli, du musst dich selbst voten. Hau rein, Terse. Wie war das denn jetzt? Wer wohl der Swapper ist? War schon heiß. Aber Terse ist wirklich... Swapper ist ein richtiger Troll. Swapper ist ein richtiger Troll. Warte, wir gehen mal hier unten rein. Nehmen wir ein, wir gehen doch nichts. Okay. Jetzt wird es aber wild. Jetzt wird es ganz wild. Ja, also keine Ahnung, warum wir gerade auf Terse geswatcht haben, aber war richtig, Terse hat gerade direkt vor meinen Augen in der Deacon. Keine Ahnung, was das war. Jeff stand halt an der Tür, Terse kam so rein, killt ihn, ich laufe so hin, Tür geht wieder zu. Das war ja, das war ein bisschen doof. Ich dachte, Jeff fährt alleine in dem Raum. Ich stand nicht ganz rechts, weil ich dachte, Jeff fährt vielleicht Kinder. Das war dein Problem, ne? Du, ich hab die nicht gesehen. Ja gut, der erste Ejakaris. Freunde, passiert, ne? Kann doch mal... Ja, mein Gott, ist halt ne Katastrophenrunde. Ja, so passiert. Einer, komm, schnelle Runde. Aber wieso... Jetzt pass auf, jetzt swappt der Swapper der erste in Oberbayern und Oberbayern fliegt. Hä? Seine Reaktion in der letzten Runde? Hä? Das war ja... Also, das ist ja sowas... Ganz kurz, Vlesk hat auf Oberbayern gepusht, damit dann reingeswappt werden konnte. Das, was gesagt wurde über Oberbayern, hat er alle... Sorry, ich bin ja nicht Swapper. Ich hab's ausgesagt. Hey, Oberbayern wollte in der ersten Runde wenden, kam im Lab aus Wend-Richtung. Natürlich ist Oberbayern... Hä? Er kann auch als Security Guard sein, hä? Wollte wenden ist halt ne wilde Aussage, weil es gibt... Ich glaube, tatsächlich das... Und es gibt auch theoretisch die Möglichkeit, dass er zum Beispiel Kabel-Task oben rechts in den Lab oder sowas hat. Ich glaube tatsächlich, dass Oberbayern Jackal ist, weil er so lustig reagiert hat, als ich meinte, dass ich Jackal bin und ihn gesidekickt habe. Er weiß ganz genau, dass ich das nicht gemacht habe, weil er Jackal ist. Oh nein. Bitte nicht. Gute Jester-Runde. Dann ist er vielleicht wirklich Sidekick. Nee, ich hab die erste zum Sidekick gemacht. Das glaube ich nicht. Ja, wobei, doch. Kann sogar sein, hä? Running. Running, im Running, im Running. Sehr gut. Wer lebt? Wer lebt jetzt noch? Der Franz nicht mehr. Er ist tot. Ich bin weg. Ich bin weg. Und ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Was gab's da? Ne Leitshow für den Medic. Oh. Ja, ich bin Medic, nicht Swapper. Achso. Ich bin Swapper, warum hab ich denn hier kein Dings, ja? Julie, bist du auch Medic? Nee. Nee, doch, oder? Doch, komm. Ich bin doch. Okay. Ja, siehste. Ja, gut. Was ist jetzt passiert? Er hat sich vergessen und er überpeiert. Oh, Mann, er... Ich glaub, er ist bei Julie, oder? Kollektiv ist, würde ich sagen. Es ist... Ich kann den Kill nicht gemacht haben. Wegen. Nee, den Franz Kill, nee. Den Franz Kill halte ich für schwierig, dass du den gemacht hast. Und Lumi hab ich grad auch irgendwo links gesehen. Und Julie hab ich halt nicht gesehen. Du würdest halt nicht auf der Eiche stehen bleiben, wenn du den Kill gemacht hast. Ja. Würde ich nicht? Nee. Ich hab items gecrossed. Glaub ich nicht. Wo ist der Kill eigentlich Oberbayer? Im Lab. Genau. Okay. Das ist eh schon durch. Ich bin Büro unten, also Admin. Wo warst du davor? Davor war ich, glaube ich, bei Weapons. Ja, aber aus Lab kann man doch runterwenden in Office einfach, oder nicht? Ja, ich glaub Julie ist hier ein Böse. Nee, wenn Oberbayer auf mich schießt, ist er's. Nee, ich glaub nicht Julie. Items, wir haben uns da unten gesehen. Das stimmt. Das ist, äh, das ist richtig. Warum kriegen sie items jetzt nicht? Äh, was habt ihr, also Oberbayer hat Julie gewartet, oder was? Ja, und Franz, du wendt ihr auch. Mhm, 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 mhm. Was machst du items? Äh, auch dich voten. Aber warum seid ihr denn alle drei böse? Ich versteh nicht. Das ist, das ist, das ist, warum, ne? Also man kommt mit nem Job in die Runde und man führt diesen Job einfach auf. Was ist doch für risky von den beiden? Dass sie nicht einfach items draus wohnen. So, never mind, die gewinnen ja sowieso automatisch. Ich wurde noch verraten, aber. Die Liebe hat gewonnen, du endest nicht. Natürlich schiel dich einfach den fucking Imposter-Lover-Lover an. Nein, ey. Oh, I'm so sorry. Alter Schwede. Der Flip. Das ist, das ist Aua. Ja, aber hast du mich wirklich nicht gesehen, Terz? Das sah so witzig aus, wirklich. Äh, ne. Vor allem, ich wollte eigentlich reporten, ich hab die ganze Zeit dann auf Sabotage gedrückt und ich war so scheiße mal reportig. Ich hab einfach nur gehofft, dass Julie sagt, dass C-Medic ist, bevor ich da den Löffel abgeh höre. Nee, ich bin nicht Madic. Okay, haut rein, oder? Step, 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 step. Mist, glaub nicht. Das ist aber, du hattest richtig Glück die Runde. Du warst dauerhaft von mir gecurst, damit du Double-Killen kannst. Und immer bevor ich den Curse-Kill machen konnte, ging das nicht. Ich hätte wahrscheinlich zehnmal deinen Lover erfischt. Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank hatte Oberbayer ein Schild. Nee, hast du gar nicht. Das Schild ging nur einmal an, ganz am Ende. Obvious mit dem Bad. Wirklich nur ein einziges Mal? Ein einziges Mal damit. Ich hab nie den Curse-Brücken durften. Bis dann! Bis zum nächsten Mal.